Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu Part 2 von Minecraft Diversity Puzzle Branch. Wir haben letzte Folge, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die ist auch nochmal hier oben beim i eingeblendet, den Puzzleteil begonnen und weil die Folge sich ganz schön in die Länge gezogen hat, ist das jetzt hier Part 2. Genau, dann fangen wir an. Leute, ich habe ein Puzzle Key. Wo ist ein Puzzle Key? Ich habe noch ein Puzzle Key. Oh nein. Ich habe noch ein Puzzle Key. Warte, können wir jetzt hier einfach weiter durchgehen? Warte mal, wie viele Puzzle Key hast du? Nicht, dass man irgendwie Puzzles überspringen kann. Alter, was ist das? Was muss man hier machen? Ich verstehe es nicht. Puzzle Key braucht man ganz am Ende. Okay, also, ja, ich glaube auch, die verdienst du, wenn du es richtig löst. Jetzt geht es schon wieder los. Fragezeichen, 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 Fragezeichen und jetzt blubbert das Grün. Jetzt ist da oben eine Katze und ein Vogel und jetzt steht da... Warum kommen da Geräusche? Hinweis. Was passiert hier? Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh nein. Okay. What are you doing? Das ist eine Schockerbox. Ja, guck mal. Ach, wir haben... Wir spielen jetzt... Wir spielen jetzt? Wir spielen jetzt? Wir spielen jetzt? Wir spielen jetzt hier... Äh, Rötterraten. Genau, äh, Hangman. Oh! Ein Geigenmännchen. Echt? Ja. Ähm. Wie viel waren das denn? Okay, also... Wir müssen nochmal... Ich mach nochmal von vorne hier. Geh nicht von vorne, schade. Apparel and catch. Apparel and catch. Parrot. Parrot. Ähm. Wie viel... Wie viel... Wir haben... Wir haben... Warte, worauf können die platziert werden? Auf... Auf den... Auf den... E. E. Oh, verdammt. Ah, das ist das Geigenmännchenmäßige. Wenn wir zu oft das nicht haben... Ja, das ist ein C. Warum C? In einem A. Wir müssen erst die Vokanik haben. Ja, man macht erst A, E, U durch. Ah. Ah, das sind fünf Buchstaben. Okay. Nein, das sind keine fünf Buchstaben. Doch, oder? Die sind an der Wand da hinten. Die sind hinter diesen... Woher weißt du, dass es fünf Buchstaben sind? Das sind die As. Ey, ich hab mein Reißen. Ja, das sind insgesamt fünf Sollampen. Und dahinter den Lampen ist immer der Buchstabe. Aber wir... Klingt die eben an, die Lampen? Nein, die gehen nicht an. Es ist einfach, dahinter kommt der Buchstabe. Meinst du, das sind nur fünf? Ich mein, das sind ziemlich sicher nur fünf. Weil sonst würde es ja auch unregelmäßig platziert sein. Das macht ja auch keinen Sinn. Ich mach ein O, ja. Äh, ich weiß nicht. Ich glaub nicht, ob ein O noch kommt. Ah. Man, das ist super einfach. Ich hab's. Das ist nice, Flo. Okay, ähm... Ich weiß aber nicht mehr, was das Wort sein... M oder N? Mach M. M, 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 M. Okay. Ah, nee, okay, nevermind. Das sind nicht fünf, das sind mehr als fünf. Ich hab gedacht, die machen nur alle zwei. Können U und I auch nochmal ihn benutzen. Oh, war her. Das läuft nicht gut. I. I muss drin sein, I muss drin sein. I ist nicht drin. Oh, guck mal, der wird schon nervös, der Papagei. Der schießt, oh, nein. Ja, kommt los. Kommt ums. Okay, T. Bitte, bitte, T, das ist T. Wieso ist das kein T? Oh, guck mal, er flottet immer schneller, er hat Angst. L. Bitte sei L. Aber das ist nice. Oh, nice, 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 nice. Okay, wir können langsam schon anfangen, nach Wörtern zu rätseln. Ich glaub, wir haben sieben. Kann das sein? Kann sein. Äh. Hinter Place, äh. Warte mal, warte mal, hint. Äh, äh, nein, 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 hint. Das ist hier, das ist ein Ding, so ein Hinweis. Nein, 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 das ist der Hinweis für uns, dass wir die Buchstaben dahin platzieren müssen. Achso, ich hab gedacht, dass das, äh, Hinweis ist, dass das ein Platz ist. Achso, das, oh, okay, das kann auch sein. Platz, das könnte dann, ähm. Ähm. Gibt, habt ihr schon N probiert? N? Ja, N ist schon drin, ist schon weg. Nee, N hab ich im Inventar. Ah, okay. Ja, ich würd sagen N, weil dann, wenn, wenn jetzt D, probiert mal D. D, genau. Oh, okay. Llamaland? Nee, Llamaland passt nicht. Ähm. Aber es ist irgendwas Land, das ist schon mal gut. Äh. Ähm. Wir haben aber neun Buchstaben, das heißt, vor dem A kommen noch zwei. Gibt's. Äh, Farmland, nee. Swampland kann nicht sein. Swamp, ja. Swampland, ich nehme. Ja, S. Ah, okay. Puh, da hat der Papagei gerade nochmal so überlebt, hm. B, ey, B. Tops. Und jetzt noch K. Großartige Arbeit. Ein P. K. Was, wieso denn K? Einfach so. Breakland. Oh, der Wolf. Oh, lol. Der verteidigt's. Oh, das ist ja cute. Okay, nächstes. Oh, wir müssen, ah, okay, wir müssen fünf machen. Jetzt sieht man nämlich hier auch wieder neun. Ah, lol, okay. Neuer Vogel. Hinterstören. 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 Äh. Ähm, warte, ich hab, ich hab ne Idee. Wir nehmen mal I. Okay. Oh, okay. Das war nicht das, was ich erwartet hab, aber okay. Aber wir lassen einfach die Blockade durchmachen, oder? Das lohnt sich nur. Äh. Weh, wir brauchen hier schon noch was. E, okay. Explosion, oder? Ja, das ist gut. Also, es passt von denen. Dann mal kommt jetzt O. Ronja ist. Wenn jetzt die I. Ja, 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 ja. Äh, ich hab schon X, ich hab P, ich hab S. Okay, ja, perfekt. N, N brauchen wir noch. Explosion, warte, was ist denn N? Ne, hier ist ne M drinne noch. N. Ach, N hast du schon? Ja, Ronja, dir wird die Arbeit abgenommen hier. Nice, Träumchen. Einen Fehler gehabt, sonst alles richtig. Ja, es ist wirklich. Ronja, Ronja, du hast das Wort erraten. Richtig, danke. Das kann man dir jetzt gut sagen. War auch ein schwieriges Wort. Wegen, ja. Mit dem Tipp war es quasi unmöglich, ihn zu lösen. Nein, das ist ein Typ, der es nicht platzieren muss. Ja, ja, ich hab nur gedacht. Sag mal ruhig, sag mal ruhig. Okay. Du musst dich konzentrieren gerade. Ich muss das, nee, ich muss das hören hier. Wir müssen miteinander reden, Flur, du nicht. Das sind auch schon wieder neun. Okay. So, Hint. Okay, Items. Items. Oh Gott. E. Oh. Objects vielleicht? Ne. H. Wir haben jetzt keine Bokal. Ne, A ist nicht. Wir haben keine Bokal. Haben wir nicht noch I? I können wir versuchen, aber ich glaube... Oh, chill. Ja, ich glaube auch, das macht keinen Sinn. Wir versuchen es einfach. Es muss... Wir müssen alles durchordnen. Ha. Was ist das? Ähm. Äh. Inventory. Inventory, ja. Warte. Warte. Warum hast du denn jetzt... Ja. 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 Ey. Okay, das ist... Okay. Das ist ein Nütze. Hast du Tee schon? Ja. Ja, ich habe Karten haben, Ronja, ne? Das weißt du schon. Das weiß ich schon. Irgendwo, da freut sich ja. Aber wir sind jetzt relativ schnell. Nachdem vorhin da... Das war... Seitdem Flo weg ist, ne? Seitdem Flo weg ist, läuft das. Ich könnte gerne allein weiterspülen. Weißt du, Flo macht einen Singleplayer. Ich bin schon wieder neun. Ah, Flo löst ja die anderen Rätsel schon mal. Hint, Block. Ha. E. Wir spüren irgendwie Emerald oder Diamond oder irgendwie. Ja. Okay, nee. Das E ist am Ende. Ähm. Äh. Das ist natürlich jetzt problematisch. Guck mal, könnte es auch deine Katze sein, die da oben ist? Nein, meine Katze ist nämlich nicht schwarz. Ja, aber ich meine, dass die die nichts anderes ist. Meine Katze fängt die ganze Zeit fliegen. Sogar richtig aus der Luft mit so Kamikaze springen. Das ist mega cute. Aha. Wenn ich das mache, sagt sie, du hast Probleme. Brauchen wir noch ein U? Ich glaube, U brauchen wir nicht. Sicher? Also, ich wüsste nicht, ob man noch mehr Vokale braucht. Ach, es sind ja schon recht viele. Ich versuch mal Tee. Okay. Oh, nice. Ähm. Ja. Stone, 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 es, mach es. Ja. Warte mal. Oh. Souls, nee. Ja. Mach, mach. Mach, mach. Mach, 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 mach. Es ist definitiv, es ist definitiv U. Ey, es ist Soulstone, oder? Nein, es gibt kein Soulstone. Nicht? Nee. Weißt das nicht so? Soul Sand. Achso. Soulstone, achso. Ja, Soulstone hat... Soulstone, oder? Es hab ich... Es hab ich im... Soulstone, ja, gut. Genau. Weh, hier, hab ich doch gesagt. Ja, hab ich doch gesagt. Also, Ronja... Ronja kriegt hier... Ronja kriegt die Wörter am Ende hin und wir machen die Buchstaben. Ja, bei Soulstone war es leider nicht. Den gibt es wirklich nicht. Soulstone ist vielleicht im Mod. Alles klar, guck mal. Die Papageien überleben, wir haben noch keinen einzigen gekillt. Ja, da bist du stolz auch. Wenn wir einen killen würden, dann würden wir auch verlieren. Das fände ich gut. Noch einer, okay. Der Hint ist F3. Koordinat? Koordinat? Wenn das jetzt richtig ist. Wenn Koordinat es richtig ist? Nee, ist es nicht. Kann nicht sein, kann nicht sein. Nee, ist nicht. Hier wird einfach C gemacht. Ja, ist aber falsch. Äh, was kriegt man denn noch angezeigt? What the? Creative, oder? Creative passt nicht. Vielleicht Framerate? Alter, Ronja! Wenn das jetzt richtig ist, dann bin ich ein Biest. Dann hätte ich jetzt gerne... Meinst du? Oh mein Gott, ich bin so ein Biest. Boah, Ronja, du bist wirklich die Schlauste von uns allen, glaube ich. Ja, vor allen Dingen die Schlauste. Die Einzige, nicht die Einzigste. Doch, die Einzigste. Nein, Einzige. Please, Tobes, Grammatik, you know. Wie Florian, der der Wand wartet. Nö, ich warte nicht, die macht das Rätsel hier. Okay, wie lange spielen wir jetzt noch Geigenmännchen? Ist es irgendwann fertig? Jetzt sind wir fertig. Ey, Gefühle sind eurem die allerlähmsten. Und für mir, die gehen euch. Ja. Es hat die falsche Richtung gegangen. Okay, ich glaube eins ist noch, oder? Oh, nein, wir sind durch. Okay, hallo. Du musst craften, ne? Ja, das ist geil. Nein, ihr müsst den Villager. Ich weiß, was ich machen muss. Was denn? Das Rätsel. Was ist denn das Rätsel? Du leitest den Villager vom Zombie weg. Richtig? Ja, und ich muss einen Diamantblock craften. Nein, Flo, du musst Diamantboots craften. Du siehst es hier an der Seite. Ja, ja. Schau hat mal wieder nichts gelesen. Geh zurück in eure Räume. Ist mir egal, ich mach das allein hier. Wir machen jetzt aber hier weiter. Die Junge schlagen mich doch nicht. Hier, geht's weiter. Du musst, musst du nicht Hosen machen? Oder, ach ne, die Boots zuerst. Nee, komm, komm. Geh doch weg. Das mache ich. Ihr könnt euer eigenes machen. Komm, wir gehen hier drüben. Wir gehen in die Mitte. Wir sind die coolen. Weißt du, Flo? So hättest du ein Stück hänger. Tschüss, Flo. Viel Spaß beim Spielen. Das ist lustig. Wir müssen die Banner irgendwie drehen. Und dann müssen wir jetzt die Geräusche nachmachen. Bitte nicht. Warte halt. Mach nicht die Geräusche nach, danke. Das könnt ihr mir jetzt gerne überlassen. Was der Herr? Okay, jetzt machst du... Und der guckt den an. Und der macht das... Ah, jetzt müssen die Lichter anmachen, oder wie? Ja, so und jetzt mal eben... Ah, okay, alles klar. Jetzt schießt er den an. Jetzt macht er das... Ah, okay, okay. Das ist gar nicht mehr so schwer. Ja. Das kriegst du sogar... Könntest du sogar Flo hinkriegen. Ah, meinst du? Junge, ich hab mir keine Videos von der Map angeguckt, so wie Schummel. Und weiß, wie es auswendig. Ja, das ist doch voll einfach hier. Das ist doch voll... Das ist wirklich intuitiv. Ja. Das ist so wie bei Diversity 2, der Adventure Part. Den hab ich nicht gespielt, keine Ahnung. Ja, da war ich... noch nicht Minecraft gespielt, musst du bedenken. Als das rauskam. Meine Karriere ist jetzt ja nicht so... Äh... Ja. Ich guck mal, was Flo macht kurz. Ich muss die Dinge hier craften, die angezeigt werden. Craftest du schön. Ja. Werden das Schuhe? Oh, der macht die wieder kaputt? Ja, du musst aufpassen. Du musst ihn sogar manche Sachen kaputt machen. Lassen. Ehrlich? Ja, schau. Ich wüsste nicht mal, wie man die Schuhe craftet, honestly. Das ist... Da geht's schon los. Jetzt brauche ich einen Helm. Wie macht man einen Helm? Sonja. Oh, das ist ein bisschen schwerer jetzt. Das weiß ich auch nicht. Hä? Schubst mich nicht. Wenn du willst, runterfällt, verliere ich. Ihr müsst auf den Weg gehen. Ich muss da langen, wo ihr steht. Sorry. Ach, du bist der Typ. Komm, 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 komm. Er ist der Typ. Okay. Oh nein, ich habe da unten noch einen, der weg muss, warte. Nein, Tops. Ich habe es jetzt übrigens gerade geschafft hier. Der muss jetzt alle weglaufen. So, zack, der muss hier. Warte, Flo, hast du immer die Schlüssel mitgenommen? Diese Rätsel-Schlüssel? Ich habe keine Schlüssel bekommen. Was ist denn los? Hier sind die ganzen Sachen gekommen. Okay. Ich habe keine Schlüssel bekommen. Habt ihr welche? Ja. Kriege ich jetzt zurück? Ich glaube schon mal hat irgendwelche aufgesammelt. Ich weiß aber nicht wie. Wie, hast du es jetzt? Ich habe Schlüssel. Okay. Tops, geh runter von der Mitte. Geh nur am Rand hier, sonst kann ich nicht drüber. Lass euch mal da in Ruhe. Okay, was brauche ich als nächstes? Ich habe auch einen Puzzle-Key gedrückt. Äh, Flo. Was ist denn? Du musst hier, hier, hier und hier, weil das ist hier mit der Richtung. Du hast die Richtung an der Seite. Hier, wo ich stehe, ist unten. Wo hast du die Richtung? Das ist komplett egal für mich. Äh, nein, hier siehst du das an der Seite. Ist es nicht? Guck. Hast du auch die Puzzle-Keys? Ich weiß nicht, was die Pfeile hast. Die anderen? Echt, das ist egal. Ich glaube, es ist wirklich egal. Es ist wirklich egal. So, dann ist das hier oben. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich glaube, jeder hat den Puzzle-Key. Das ist richtig schwer. Ich habe keinen Puzzle-Key. Nee, du musst einfach nur auf den Knopf draufdrücken. Das ist einfach das Ding. Du musst einfach durchlaufen. Ich glaube, ich habe jetzt so die Banner. Hä, Flo. Tops, ich hatte die gerade, Mann, alle. Achso. Mann, Tops, ich hatte doch schon alle. Das kann ich denn nicht wissen. Mann, Tops. Mann, Tops. Puzzle, ha? Die Kategorie, wo sich alle freuen. Also, ich hole mir jetzt alle sieben Puzzle-Keys und wir warten jetzt, bis Flo das Puzzle geschafft hat und den achten kriegt. Okay, dann haben wir gewonnen. Nein, dann müssen wir noch mal was machen. Oh nein. Aber das geht, glaube ich. Tops, dann schlub mich zu ärgern. Könntest du vielleicht mal auf meiner Seite spielen? Ja, okay. Müsst du vielleicht anfeuern? Oder Tipps geben? Okay, Flo, weiter so. Du hast es schon fast geschafft. Hey, Flo, du musst jetzt gucken, dass du die Sachen zusammen craftest. Das ist wie so ein Crafting-Feld unten drunter, weißt du? Hä? Nö, du musst die Crafting-Dinger hier ausfüllen. Ich weiß, jetzt die Hose. Jetzt die Hose, einfach, genau. Mach mal, mach doch nach links. Wenn die Reihenfolge eh egal ist, im Sinne von, in welche Richtung es geht, dann hättest du doch einfach den links touchen können. Ich weiß, was ich mach. Ich weiß ganz genau, was ich mach. Tops, geh weg, du bist komplett weg, Tops. Nein, schubs mich doch nicht. Dann muss ich alles neu machen. Hä, wieso denn? Wenn der Willis da runterfällt, der geht nur dort, wo ich geh. Wenn der Willis da runterfällt, der ist nur ein Blockdings. Hast du jetzt die Hose? Ja. Ja, bitte. Okay. Wir dürfen nicht schubsen, das müssen wir alles neu machen. Jetzt musst du die Chefplatte machen, Flo. Ich weiß, ich weiß. Ich geh in die Ecke und guck's. Wir schubsen nicht. Ich schon. Hey, niemand schubs jetzt. Wir wollen, dass es hier was wird. Okay? Wir wollen das vollenden. Im Prozess des Ganzen. Irgendwann. Wünschen. Ich geh zu euch. Ja. Okay. I see what you're doing. Ah, sehr schlau, Flo. Ja, danke. Flo, Flo hat's raus. Ich stell das. Flo. Nice. Sehr gut. Großartige Arbeit. Was kommt jetzt letztes? Jetzt wahrscheinlich ein Diablock. Wahrscheinlich ein Schwert oder sowas? Ja, Diablock. Definitiv Diablock. Er war nur ein Block. Flo, drück nochmal auf den Knopf da. Ja, sehr. Diablock. Diablock. Komm, Flo, rushen. Rushen, rushen. Aber relativ einfacher, wenn man die Taktik kennt. Wenn man die Taktik kennt. Taktik einfach. Einfach durchrennen und gucken, dass man alles reinmacht. Tick-tack. Und? Guck, easy. E-sie. Flo ist ein Tier. Großartig gelöst, Florian. Und jetzt? Ich hab den letzten Puzzle-Key, jetzt gehen wir in den Startraum. Alles klar. Echt? Wo ist der Startraum? Startraum ist hier hinten. Ich folge dir. Übrigens, falls ihr es wissen wolltet, hier war so ein Dings, wo die die Sounds able... Ist ja egal. Und hier war das mit den Raketen. Das war am besten ein Gefühl von allen. Das mit den Raketen. Okay, und jetzt? Okay. Ah, hier ist ein Puzzle-Key, kann abbauen Kürbis. Oh, okay. Ah, die können immer andere Sachen abbauen, oder wie? Was ist das? Oder ist es nur einer? Okay, wir gehen jetzt hier runter in den Orangen-Schacht. Da ist ein... Habt ihr den Knopf schon gedrückt? Puzzle-Ideen. So, what do we do? Hier ist ein Knopf. Don't trust everything. Hey, wieso stimmt der Tups? Ah, ich folge traue. Herzchens-Magnet. Also, da wollen wir nicht durch. Nein, da wollen wir nicht durch. Okay, hier ist noch ein Knopf. Oh, hier kommt Magna-Blöcke unten auf dem Boden. Das ist nicht gut. Du bist ja ein schlimmer Mensch. Also, Tups, es telefoniert mich. Äh, wieso ist hier Lava am... Hier kam es nicht an der Decke. Ja, das war meine Schuld. Das habe ich aus Versehen angemacht. Das klingt man bestimmt wieder aus. Ach, wir haben jetzt den letzten Puzzle-Key. Okay, jetzt gehen wir wieder hoch. Hä? Hä? Wir haben jetzt neun Puzzle-Keys. Ich habe einfach den Knopf in der Wand gedrückt. Oh, okay. Oh, na dann. Na dann, ist ja gut. Die aufhören, euch zu hauen, bitte? Die ganze Zeit? Oh, jetzt müssen die hier rein. Also. Farbcodiert. Jetzt dürft ihr einmal bitte durch alle Räume... Oder Ronja, bleibt hier. Und ihr geht einmal durch alle Räume und sagt mir, welchen Puzzle-Key ihr da bekommt. Oder was... Okay, gut. Ne, das klappt nicht. Hä? Also, guck mal. Der rechts neben uns ist lila. Lila. Stern ist... Lila war... Lila war der Nether-Stern. Grün. Orange war der Kürbis. Okay. Grün ist das mit dem Farb... Das ist mit diesem draufdrücken gewesen. Lila war was? Lila war Nether-Stern, meinte. Ah, stimmt. Ja, lila war Nether-Stern. Äh, grün war der Banner. Welcher grün? Dunkel oder hell? Grün. Äh, hellgrün. Hellgrün. Hellgrün war Banner. Okay, was gibt's noch? Äh, blau war... Schwarz war das, was wir eben ganz am Ende hatten. Das war der. Das. Okay. Das war Emerald. Die Mannschaft, oder? Flo gemacht hat. Achso, warum denn Emerald dann? Äh, den hab ich da bekommen. Weil Flo den Emerald in der Hand hatte. Oh. Was war denn? Gelb. Äh. Äh. Weiß ich nicht. Was ist denn gelb? Hier ist gelb. Das hab ich nicht gemacht. Flo. Was ist? Warte mal, warte mal. Warte mal. Ich hab keinen einzigen Key bekommen. Nein, dich drauf drücken. Ich drück. Drück drauf und kontrollieren. Ja, da weiß ich. Aber du hast da. Ja, die Monster. Das Resetit nicht, oder? Das ist der Falle. Das Spawner ist gelb. Partly Key heißt er. Spawner ist gelb. Ich guck bei Braun. Braun ist der Noteblock. Ja, hab ich. Okay. Ja, ich hab den nicht mehr. Ich würde auch mal jetzt so sagen. Ah, okay. Ah. Und falsch. Ah, das ist richtig. Okay, und jetzt? Können wir hier durch? Jetzt können wir jetzt endlich nach Hause gehen. Komm, wir sind hier nach Hause. Ich will nicht mehr. Jetzt ist der Kindergarten jetzt endlich vorbei. Werde ich abgeholt. Ich will nicht mehr im Hort sein. Wann kommt meine Mama? I don't wanna go. Okay, jetzt sagt ihr Hallo. Hey, willst du das alles im Kopf? Was macht ihr hier? What the? Ähm. Äh, oh Gott. Warum ist die Chest auf dem Kopf? Wieso ist die Chest auf dem Kopf? Warum nicht? Wie denkst du, du kannst einfach in den Raum gehen? Ich denke, ihr könnt einfach in irgendeinen Raum gehen. Ihr habt alle meine Puzzles gelöst. Ja! Yeah! Guck mal, das Schweinsucker heißt er auf dem Kopf. Da, seht ihr das? Das lebt sogar. Das lebt sogar. Stimmt, das ist wirklich alles im Kopf. Okay. Das heißt, wir kriegen die rote Wolle. Nice! Okay, wer hat die rote Wolle? Ich hab sie. Okay, perfekt. Und, Turbz, lässt du dich abschießen? Wo ist das? Das ist schon bereit. Wo ist er? Wo? Äh, hier rechts, rechts, rechts. Äh! Okay, lass dich beide abschießen. Das ist meins. Das ist deins. Okay. Den kriege ich. Den krieg ich. Ah! Das macht ja hart viel Schaden. Jedes Mal. Den krieg ich. Dieses Mal. Ja gut. Dann war es mit dieser etwas längeren Folge, die potenziellen zwei Teile waren. Ähm. Ich hoffe, es hat euch krass zu gefallen. Alles gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Jetzt noch einfach Diversity, der Film. Und, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020